Ich versuche das immer wieder neu, also mich dem neu zu nähern. Ich hatte natürlich so Präferenzen, ich habe viel mit Sony gedreht und jetzt aber in den letzten zwei Projekten war es wieder die Arri-Kamera und in dem spezifischen Fall haben wir auf der Arri Alexa 35 gedreht, die ist in dem Jahr neu rausgekommen. Arri hat ja schon seit einigen Jahren so eine Funktion, es nennt sich Textures. Das sind sozusagen Look-Veränderungen, die in der Kamera bereits eingebaut sind. Das konnte man so früher auswählen im Menü. Und mittlerweile kann man das sozusagen auch in das Bild einbrennen. Also sozusagen, dass das in dem Pfeil drin ist und nicht mehr veränderbar. Also du kannst praktisch Look-Veränderungen an dem Pfeil vornehmen, bevor er aus der Kamera ausgespielt wird und das ist irreversibel. Wir hatten also einen sehr ausdrucksstarken LUT. LUT ist ein sogenannter Look-Up-Table, mit dem man sozusagen, sagen wir mal, wenn man das mit Celluloid vergleichen würde, ist es wie das Printmaterial, also eine grundsätzliche Farb- und Kontrastgestaltung für diese Show. Und den haben wir zusammen mit einem Koloristen bei Arri entwickelt in München, der Florian Martin. Dieser LUT war sehr, oder dieser Look-Up-Table war sehr kontrastreich. Und es gab aber in den Mitten so einen Bereich, den ich eigentlich ein bisschen weicher haben wollte. Es gibt Momente, wo man als Kameramann oder in der Bildgestaltung einfach den Darstellern auch helfen muss, weil die sich an Grenzen der Erschöpfung bewegen und Szenen spielen müssen, in denen die Figuren aber nicht erschöpft sind. Also wenn jetzt jemand nach 112 Drehtagen müde aussieht, muss aber eine Szene spielen, wie er morgens aus dem Bett kommt und sagt, ich bin frisch, der muss ja natürlich frisch aussehen. Und deshalb haben wir praktisch für die Mitten so einen Textschuss entworfen. Das hat auch Arri gemacht und entwickelt. Und das wurde eingebrannt. Also der LUT war sozusagen eine Sache, die wir auf das Bild draufgelegt haben. Und im Bild gab es aber ein Element, was den mittleren Kontrastumfang betraf. Das wurde bereits eingebrannt in die Files. Warum will man einbrennen? Im Film ist ja sozusagen, oder der künstlerische Prozess, einen Film zu machen, ist natürlich, sich einer Vielzahl von Entscheidungen auszusetzen. Je mehr Entscheidungen man fällt, die dann auch Bestand haben, desto einfacher ist es, weiterzuarbeiten. Weil grundsätzlich ist ja alles immer möglich. Also wenn ich sagen wollte, früher, ich möchte einen flachen Kontrast haben, vor digitaler Lichtbestimmung mit Celluloid, hätte ich zum Kopierwerk gehen müssen und sagen, ich möchte eine Pullentwicklung. Und dann wäre alles so gemacht worden. Und das war es. Ja, wenn ich heute jetzt drehe, kann ich es erst mal in RAW drehen. Dann kann ich mir das ein bisschen offen halten. Dann gucke ich mir das an. Und dann kann ich mir auf dem Weg noch 30 Mal meine Meinung ändern. Ich halte das für schlecht. Ich glaube, man muss bestimmte Sachen einfach entscheiden und dann an bestimmten Punkten und dann muss man diese Entscheidung weitertragen. Ansonsten, glaube ich, verwässert sich für mich persönlich der kreative Prozess. Dementsprechend bin ich begeistert davon, dass man jetzt technisch wieder Entscheidungen fällen kann, die Bestand haben. Es sind natürlich alle Monitore kalibriert und das Material sieht mittlerweile auch, sagen wir mal, von dem Moment, wo man es dreht, bis zu dem Moment, wo man in die Postproduktion kommt, auch alles gleich aus. Es gibt so eine Art, wir nennen es Color Pipeline, die ist sehr stabil. Das heißt, wenn man dann am Ende in die Lichtbestimmung geht und den Film dann wirklich lichtbestimmt, dann hat man die ganzen Entscheidungen schon vorher gefällt, die großen Entscheidungen über den Kontrast, über die Farbe und dann kann man sich damit beschäftigen, das Ganze jetzt noch besser zu machen. Während wenn du diese Entscheidung sozusagen nicht gefällt hast und wenn du dann auf einmal anfängst, ja wie soll das Ganze jetzt eigentlich aussehen, dann kommst du unter wahnsinnigen Zeitdruck und kannst eigentlich so eine wirkliche Finesse, die diese Postproduktion eigentlich für die Bildgestaltung darstellt, gar nicht mehr exekutieren. Wir wollten eigentlich, wollten wir richtig Whitescreen drehen, das ist aber bei HBO nicht angekommen. Also die haben eine Policy, dass sie maximal 2 zu 1 als Aspect Ratio nehmen und da sie ja nun seit Jahrzehnten mit großen Filmemachern zusammenarbeiten, kann man dann auf einmal aufschlagen und sagen, Moment mal, wir drehen das jetzt um, da sind die Teilregel groß. Also 2 zu 1 ist das weiteste, was es gibt, das haben wir auch gemacht. Und dann habe ich neben Tests gedreht mit der Alexa 35 und ich wollte schon, das ist eine Form von, sagen wir mal, das Bild sollte brillant sein, aber auch eine Form von, weich ist eigentlich ein schlechtes Wort, weil die sind schon scharf, aber weich zur selben Zeit. Es gibt so eine, ja, das ist ein komisches Wort, Charakter. Aber die haben so einen, die haben, das sind, letztendlich haben wir uns, wir haben verschiedene Optiken ausprobiert und ich habe mich dann für die Penavision, sind das Penavision Optiken, die nennen sich Superspeeds und Ultraspeeds, das sind so Festbrennweiten, die sie im Programm hatten, bevor sie ihre Penavision Primos entwickelt haben, also relativ alte Objektive. Und die haben so ein schönes Zwischenspiel, dass sie eben schon brillant sind, so ist es, sie sind brillant, aber sie sind nicht scharf. Ja, und deshalb haben wir sie benutzt. Ja, das ist sehr witzig, weil das war tatsächlich, wir können es ja kurz hier erhalten, ja, das war tatsächlich der kleinste, das war das Ende, ganz zum Schluss, das ist die letzte Szene, glaube ich. Und das war der kleinste Raum, in dem wir überhaupt hätten drehen können. Alle haben sehr darüber gelacht, dass wir es geschafft haben, drei Kameras in diesem kleinen Raum zu tun. Also am Ende des Tages ist True Detective natürlich immer noch eine Serie. Das heißt, die Drehtage, die man pro Folge hat, wir hatten ein bisschen mehr, weil wir im Eis gedreht haben und das ist manchmal technisch schwierig. Das heißt, man kann nicht so viel an einem Tag drehen. Wenn du draußen auf dem Eis stehst bei minus 20 Grad, dann geht alles langsamer, ist technisch komplexer. Deshalb hatten wir ein bisschen mehr Zeit, aber im Schnitt dreht man ja um die 15 Tage, sozusagen pro Folge. Und wenn man jetzt die Special-Sachen rausnimmt, die wir auch machen mussten, sagen wir vielleicht, langen wir vielleicht bei zwischen 15 und 18 Tagen. Das heißt, dass der Produktionsdruck schon deutlich höher ist als beim Spielfilm. Und dementsprechend, um einen Grad an Bildreichtum zu erzeugen unter diesem Zeitdruck, da ist man relativ schnell mit mehreren Kameras am Start. Die haben grundsätzlich immer mit zwei gedreht, manchmal nicht gleichzeitig, dieser Mannschaft wird hier dann schon vorgebaut irgendwo. Aber auch bei solchen Sequenzen hier, wo zwölf Leute um einen Tisch stehen, haben wir auch mit drei Kameras gedreht. Weil es einfach der Regisseurinnen die Möglichkeit gab, praktisch in weniger Takes trotzdem die Performance aller relativ gut abzubilden. Das war ein sehr süßer Tag. Viele von diesen kleinen Räumen haben wir im Studio gebaut. Das ist ja für mich einfacher. Da kann man eine Wand rausnehmen und von dort leuchten. Es gab so ein paar Motive, da haben wir auch im Originalmotiv gedreht. Heutzutage mit LED-Technologie gibt es ja die kleinsten und kompaktesten Lampen. Also da habe ich jetzt nicht mehr solche Bedenken. Diese ganzen Tubes, die wir da hatten in der Station, das sind natürlich mittlerweile alles Asteras, also keine originalen Neonröhren mehr. Die sind alle auf so einem LED-Pult, alle wahnsinnig gut, schnell mit so einem iPad in allen möglichen Farbe und Volumen zu regeln. Also es ist unglaublich einfach eigentlich und sehr, sehr effektiv zu arbeiten. Eine Herausforderung war sicherlich, dass wir haben angefangen, im Sommer vorzubereiten. Das heißt, ich habe ab August auf Island gearbeitet und die meisten Außenmotive haben wir uns im Sommer bereits angeguckt. Und ab Oktober haben wir dann angefangen, im Studio zu drehen. Also die Idee war, wir fangen im Studio an, dann gehen wir raus, wenn der Schnee am höchsten ist und am Ende, wenn der Schnee schmilzt, gehen wir wieder ins Studio. Das heißt, wenn man im Sommer durch Island fährt, kann man natürlich kilometerweit sehen. Es ist auch erstaunlich, wie schnell sich so ein Filmteam dem Urglauben hingibt, dass man tatsächlich auch nachts dann so weit gucken könnte. Ja, man fährt dann irgendwie auf den Berg und sagt, ah, ist das Wahnsinn, guckt dir das an. Und ich habe dann erst mal mich selbst und auch alle anderen daran erinnert, zu sagen, pass auf, wir werden aber hier nachts herkommen. Das heißt, wir sehen eigentlich gar nichts. Ab einer gewissen Zeit habe ich nur noch mich selbst daran erinnert, weil die anderen mir nicht zugehört haben. Das war vielleicht das, wo ich nachgedacht habe, weil es gibt natürlich auch mal so einen Punkt, wo man ja eine Verantwortung hat in unserem, als Abteil, sogenannte Abteilungsleiter. Wir gehen jetzt ja einen Haufen Geld aus und gehen da raus in Schnee. Wenn ich aber im Grunde genommen das Gefühl habe, das hätte ich auch in einem schwarz gestrichenen Studio drehen können. Warum fahre ich denn 45 Minuten raus in Schnee? Also wir mussten so einen Mittelweg finden, wo man genug davon sieht, damit es das rechtfertigt, überhaupt diesen organisatorisch wahnsinnigen Aufwand zu treiben, diese ganze Technik und die Leute in dieser Kälte raus auf dieses Schnee und Eis zu führen. Und ich fand es auch wichtig, dass es so eine Wechselwirkung gab. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man jemanden einfach nur mit so einer Kopflampe raus ins Schneefeld schickt und dann hast du eine riesen Totale und da steht eine kleine Person und du siehst nur diese Headlamp. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht. Das kannst du aber nicht die ganze Zeit machen, weil dann würde wahrscheinlich jeder Produzent sich umdrehen und sagen, sag mal, warum fahre ich mir jetzt hierher? Ja, damit ich, also wie erzählt man die Welt drumherum? Und da haben wir natürlich dann so Lampen gehabt, die man auf so großen Krämen hochsetzt, sogenannte Steiger. Aber in Island ist es sehr, sehr windig. Das war auch die einzige Wetterkomplikation so windig, dass man diese Lampen nicht mehr hochfahren kann. Wir haben so große Softboxen gebaut, wenn die nicht oben in der Luft hängen, sondern unten auf anderthalb Meter Höhe stehen, dann sieht das aus wie eine Filmlampe. Also musste ich mir was überlegen, wie können wir die Außenwelt abbilden in Momenten, wenn das Wetter richtig schlecht wird. Wir haben eine ungewöhnliche Lösung gefunden, die ist schon mal in einem anderen Kontext, hat der heute von heute mal das Enope gemacht. Da habt ihr vielleicht mal von gehört, da gab es ja so Sachen, wo sie auch mit Infrarot gedreht haben. Ja, also die haben auf Day for Night gedreht, belichtet und dann praktisch mit Infrarot die Textur in den Schwärzen erzeugt. Wir haben das ganze Ding umgedreht. Wir haben praktisch auch ein 3D-Rig gehabt mit zwei Kameras. Die eine Kamera war einfach unsere ganz normale Farbkamera, die sozusagen nur die Person abbildete mit der Kopflampe. Und der Rest war dunkel. Und dann haben wir unten drunter eine Infrarotkamera gehabt. Und die haben aber mit Infrarotlicht geleuchtet. Und die Infrarotkamera hat dann praktisch das aufgezeichnet, während die Farbkamera, ja, die Infrarot gar nicht aufzeichnen konnte. Das heißt, die Farbkamera hat nur dich und deine Kopflampe gesehen. Und diese beiden Bilder haben wir dann später einfach übereinander gelegt. Und dadurch haben wir so Tiefen erzeugt, dass man das Eis denn noch sehen konnte und so. Und das war vielleicht das, worüber ich am meisten nachgedacht habe und am meisten geschwitzt habe. Eben wie kann man nachts solche Bildtiefe erzeugen. Die Sequenzen mit dem Infrarot, das waren die, wo die Navajo die Asche ihrer toten Schwester ins Eis schüttet. Ich glaube, das ist die Folge 4 oder 5 oder so. Das ist einfach klassisch am Ende des Tageslichtfensters mit natürlichem Licht gedreht. Also so sieht es dann praktisch in Island um 2 Uhr mittags aus und dann ist es eine Stunde später auch schwarz.